Hallo zusammen, Meier307 hier. Wir haben es jetzt Anfang November und darum kommt heute mein Monatsrückblick für den Oktober 2015 für euch. Der Lesemonat war für mich ganz in Ordnung, denn ich habe 5 Bücher mit insgesamt 1287 Seiten gelesen, das heißt ungefähr 41,5 Seiten am Tag. Ein Schnitt mit dem ich ganz zufrieden bin. Vor allem, weil ja fast alle Bücher die Topnote von 5 Sternen bekommen haben. Los ging's mit Strafzeit von Alexander Riekow und Stefan Ummenhofer. Ein Fall für Hubertus Hummel. Das ist ja der Auftakt der Hubertus Hummel Serie. Aus dieser Reihe habe ich ja im letzten Monat Giftpils gelesen, ein Buch das mir total gefallen hat. Dieses Buch spielt im Eishockeymilieu und hat die vollen 5 Sterne von mir bekommen. Viel mehr möchte ich dazu nicht verraten, denn ihr werdet noch in diesem Jahr die Rezension dazu auf meinem Kanal finden. Und ich finde auch ein sehr, sehr schönes Cover, an dem man gleich erkennt, es geht ins Eishockeymilieu mit diesen Schlittschuhen. Dann habe ich ein Sachbuch gelesen, das mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, nämlich hier, Kurt Lauber, der Wächter des Matterhorns. Kurt Lauber ist Pächter der Hörnli-Hütte. Es ist die Hütte unterhalb des Matterhorns, von der die Bergsteiger zum Hörnli-Grad aufbrechen, über den sie das Matterhorn besteigen. In diesem Buch erzählt er eben über den Alltag auf der Hörnli-Hütte, mit welchen Problemen da sie da oben zu kämpfen haben. Was er mit den ganzen Bergsteigern erlebt, denn er ist ja auch Bergführer am Matterhorn. Aber er erzählt auch von seinen Rettungseinsätzen, da er schon viele, viele Jahre als Bergretter im Einsatz ist. Und er konnte leider nicht alle Bergsteiger die Verunglückten retten. Ich fand dieses Buch total beeindruckend. Es hat die vollen 5 Sterne von mir bekommen. Was mir auch gut gefällt, ist hier die Bebilderung. Hier mal eine Großaufnahme zum Beispiel vom Matterhorn. Und hier ist das bei unten. Hier unten ist die Hörnli-Hütte mal zu sehen. Und auch diese Panorama-Fotos. Das ist ein Buch, das ich nur empfehlen kann. Kurt Lauber, der Wächter des Matterhorns. Folge 5 Sterne bekommen und hat 247 Seiten. Dann kam wieder ein Krimi. Nämlich ein Rezensionsexemplar aus dem Emons Verlag. Lamm-Auftrieb von Richard Auer. Der mittlerweile fünfte Band der Mike Morgenstern-Reihe. 238 Seiten. Hat die vollen 5 Sterne von mir bekommen. Auf meinem Kanal gibt es ja die Rezension bereits. Sie ist dann auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe ja, dass Mike Morgenstern nochmal ermitteln darf. Denn ich bin ein absoluter Fan dieser Reihe. Auch beim nächsten Buch hoffe ich auf noch viele Fortsetzungen. Nämlich Manfred Baumann, Mozartkugelkopplot. Ein Buch aus dem Gmeiner Verlag. Es war mit 376 Seiten das dickste Buch in diesem Monat. Hat auch die vollen 5 Sterne von mir bekommen. Ein Buch, das mir sehr gefallen hat. Und auch das Cover finde ich wieder sehr, sehr gelungen. Mit dieser Mozart-Silhouette. Ich habe es schon mehrmals erwähnt. Was mir bei den Gmeiner-Kavers immer so gefällt, sind diese glänzenden Elemente. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier der Hintergrund ist ein anderes Material wie hier diese Silhouette. Das finde ich immer so schön an diesen Kavern. Ein Salzburg-Krimi, den ich nur empfehlen kann. Hat auch die vollen 5 Sterne bekommen. Und die Rezension dazu ist in der Infobox verlinkt. Und dann kommt ein Buch, das hat 4 Sterne bekommen. Die Madonna von Notre Dame. Ein Fall für Pater Kern. Hat 250 Seiten. Dazu werde ich in den nächsten Tagen eine TBR-Rezension drehen. Hier hat mir so das letzte Tüpfelchen noch gefehlt. Ich hätte auf einen Pater Brown vollgehofft. Also dass das Ganze like Pater Brown ist. Aber irgendwie, da hat mir noch ein bisschen was gefehlt. Aber in der Rezension erzähle ich euch dann mehr davon. Das war jetzt mein Lesemonat. Wie gesagt, 5 Bücher, ich bin zufrieden. Was habt ihr denn schon gelesen? Was habt ihr denn im letzten Monat gelesen? Und kennt ihr schon eines der Bücher, die ich jetzt präsentiert habe? Denn ja, würde mich eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Und jetzt bleibt bitte dran. Denn jetzt kommt gleich noch mein Neuzugänge-Video. Also bis gleich. Maya 3007 Dann Vielen Dank.